Hallo zusammen, in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neue LED-Kopflampe vorspielen, sprich die HL100-Kopflampe. HL100 bedeutet, die Lampe verfügt über 100 Lumen. Benötigt werden drei 1,5 Volt AAA-Batterien. Das Besondere an der Lampe ist sicherlich das Eigengewicht. Sie wiegt ohne Batterie nur 65 Gramm. Zusätzlich lässt sich das Stirnband ideal verstellen, dem Kopf anpassen, sowie der Neigungswinkel der Lampe lässt sich einstellen, je nach Bedarf, wie man es beim Angeln braucht. Des Weiteren, wie schon erwähnt, verfügt über 100 Lumen. Es ist als helle LED eine XPE-LED verbaut. Vier verschiedene Modus hat die Lampe, entweder den ultra-hellen Modus, wie ihr hier sehen könnt, dann gibt es den schwachen Modus, sowie das Rotlicht, ideal für den Nahbereich. Blendet nicht und seht ihr super damit, sowie das LED-Rote-Blinklicht. Testet es mal aus, erhältlich bei eurem Tackle-Dealer, super Preis-Leistungs-Verhältnis. In diesem Sinne, viel Erfolg am Wasser und viel Spaß beim Nachtlängeln. 被berberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber